und willkommen mein name ist dann die web und ich bin natürlich zurück zu vorerst es ist einige zeit vergangen seit letzt mal ich glaube sogar dass wir gestorben sind ja so ein bisschen so okay so erstmal rausfinden wie noch mal die steuerung und kopf und ich habe knochen und schon einige pläne irgendwie gehabt ich habe auch einige pläne aber erst mal so ich habe zwei wasserspender gebaut damit können wir noch mehr wasser bekommen ja wollte ich auch machen weil wenn man diesmal wieder schilder begegnen dann können wir die wieder nicht aufnehmen ich habe sogar noch ein ich kann sogar noch ein bau noch ein ich muss mal gucken wo zu unserer und unserer nachbarschaft noch mal ich habe geplant irgendwie so weg hinzubauen damit weitemals schnell finden so dass das spender steht einstellen voll ist aber nicht soweit auch voll haben wir so viele steine ich versuche gerade mit den steinen zu machen deswegen ich will so ein felsweg bauen ja hier hier ist ja auch noch was deswegen das ganze hasen fällen wir sollten vielleicht auch erst mal erst mal war bis morgen weil erscheint dass wir also bis dunkel ich wollte gerade jemand bauen aber man hat so dunkel ist wirklich nicht der füße auch nicht ne ich hänge mal mal weil was war bei euch den sonst in meinem leben musste einfach mal kopf auf meine axt ganz draußen gerade dabei mein gast jetzt war da vor lange bis wir schlafen können ja mal draußen ich bin immer auf die falsche taste warum bin ich die falsche taste ich wollte jetzt habe ich nicht gesehen ich sehe nichts ich glaube ich glaube ich habe einen hasen gefangen also er wird endlich war also ich denke ich denke dass auf jeden fall irgendwas mit der hand will ich auch ein feuer zeug ich mache mal den ganzen raumstimmigen weg das war lebendiger hase oh mein gott jetzt ist der weg das ist ein sterben wenn man sich da ist warum dauert es lange ich meine es ist es ist dunkel ja ich sehe gar nichts ich bin noch hier so ein paar stücke haben das war noch ein stock von einem bettchen noch ein stock und hasen feld man ich hatte ich hatte glatten hasen gehabt ich hätte der einfach grillten sollen aber ich habe was das war ich weiß nein das bin ich glaube nicht dass du aber sehr man sehr schriller schrei den ich gerade gehört habe ich habe nichts so die hasen fallen sei mit ein hasen fall noch kein zing hasen gefangen ich hatte doch gerade einen der hand und dann habe ich den versichtlich losgelassen schuldigung hallo ja gut okay wir haben auf jeden fall noch alkohol das heißt wir haben auf jeden Fall zu trinken und im wasser spinn das auch hat so eine tür werden das so nicht werden ja haben wir bau bestämme ich habe keine ahnung eine weile herr ein ist noch einmal langsam wieder hier aber man kann man nicht schlafen weiß ich ich kann nichts rein wenn es noch nicht hält wird dann mache ich mich mal erwähnen so dass ich habe das mit könnte auch ein vorgewesen sein aber ich habe irgendwas gehört ist das ding ja echt das fertig ja 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 das war ja 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 unserer basis verdammt den ausgang genommen den anderen kannst du das noch mal bauen und dann soll ich noch mal ein paar baumstämme den anderen eingangs hier sind auf jeden fall pflanzen die man essen kann hauptsache was zu essen ist doch was ist es um es dazu arscht ich sehe fast gar nichts ist die besten auflösung ich sehe nichts ich sehe ich sehe auch nichts es ist einfach so arsch dunkel warum kannst du mal umfallen dankeschön ich glaube ich gehört ich höre irgendwas drinnen das war ich hallo was ist denn das geht noch ja nein er ist ja drin das ist eine frau nackt das ist das was du verdienst wenn du dich unserer basis nährst du bist mit dem kopf nicht zufrieden ist gleich die ganzen leiche ich habe gerade ein bisschen damage abgekriegt tatsächlich aber wir können schlafen gehen glaube ich auch können wir schlafen gehen ja sehr schön bei monstern hoch dass die durch vielleicht nicht so sicher im dunkeln also ich würde mal sagen ich kann immer nur schlafen hat ich kann also ich kann nicht wie ich komme aus dem hier wird näher gezeigt bei mir ist immer noch mal noch ein viertel da kommt versuchen wir einfach mal so die nacht zu überleben ich mache mir mal ein kopf den kopf kannst du dich erst schädel man muss ein arm essen da muss ein arm essen irgendwas habe ich gerade gegessen ich weiß nicht weil das ist hier fucking dunkel ist hier auch gar nichts ich meine echo die arme und beine sind aber so schnell fertig auch ich habe Hunger hast du mal auf dem grill geschlüssen nur im kopf ich kann aber was anderes noch reinpacken ich habe nämlich auch nicht aber ich habe keine snacks mehr ich glaube ich sollte mal ich glaube ich sollte ein bisschen medizin fressen aber drei eingepackt schon fertig ich habe gerade das eingepackte war es ein arm gewesen und ja dann war der richtig christlich ich weiß nicht ich habe einfach irgendwas genommen nach eingepackt so okay ich habe mich erholt ganz so dank tatsächlich ein bisschen medizin futtern ich habe schon gegessen hat ging es mir besser ich habe beiden mitgenommen noch ein wein aber ich habe nochmal einen arm nehme ich auch noch mit kann ich noch einen arm mitnehmen jetzt heißt das dunkel ich sehe fast gar nichts ich kann keine stücke mit tragen da bist du wirklich irgendwo baue ne okay hasen voll steht wieder auch das ding an da sehe ich mich fähig irgendwie was hier ich habe bei dem baum damit meiner fackel das muss man mit dem hausen machen ja ich habe ich habe noch mal zurück da bin ich dem hausen das gedicht brechen kann ich habe jetzt hausen hier habe ich auch schon den bett eingesetzt ich habe jetzt die hausen gefangen so sammelt man hasen jetzt ich habe gehört ja ich auch ich will schlafen kommen ich will auch schlafen ich glaube irgendwas ist hier drin irgendwas ist hier drin hier ist er da ist er du dreckst 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 komm her dreckst du dreckst du dreckst du dreckst du dreckst du bist ja genau das ist wenn immer moderner mit schon leichter tag sich sehr gut ich bin nur verströmt und ich muss mich waschen ich bin auch leicht tode was er kann wenn wir geflogen hey da macht unsere bildung ja gott ihr dreck sich betont du bist tot ja ja super start ja ich bin doch da warte hier du lebst ich habe mich wieder du bist tot das heißt wir haben verloren neustart überrennen uns einfach 0 tages überlebt 0 tages sobald geht es zurück oder zu essen liegt davon neues zeug jetzt jeden cool müssen wir müssen wieder nach hause erstmal muss ich mich eben waschen blutverströmung ich will keine infektion wenn man sitzt mit das ist mal einmal mal wieder unterwegs schon passiert wieder so was also schlimm wir waren unterwegs waren einfach nur hier wir waren einfach nur chillen wenn wir heute irgendwie den tag hat die nacht nicht skippen konnten wir können die ganzen sachen jetzt wieder aus diesel dreckssäcke wenn wir die noch mal sehen er bringt sie um wenn ich aber richtig sauer das hier mein rucksack muss in meiner kann man gar nicht sehen da passiert noch mal wenn wir die typen verbrennen ich habe als solch wieder ich habe groß weil ich immer treffen würde immer wieder stück damit ich habe die idee damit die das ist wieder aufgefüllt ich glaube ich bin schwein ich war vorher nicht schwarz glaube ich jemand anders dies macht das passiert hier natürlich ja ich meine wir sind hier gerade gestorben sind wir wieder hier verlieren tun wir ja eigentlich nicht mehr warum unsere rucksäcke einsam ja weil wir irgendwie immer in unserer base sterben aber das hat jetzt gleich ein ende ich habe eine idee ach so hast du fertig gebaut ich habe ich habe nämlich in der idee werden es jetzt nämlich richtig verteidigen und zwar das muss sehen verteidigung hier verteidigungsdorn die türen ja fertig sind dann man ja wohl nicht so schnell irgendwie wir uns abwackeln angreifen abwackeln das ist ja wenn ich das hier brauche ich muss die verteidigungsdorn mal ein bisschen anlassen sitzen ich würde gerne an der wand stecken da müssen wir auch mal wieder anzunehmen ich dachte da würde ein bisschen mehr licht machen hast du verteidigungsdorn bladthaufen falle hasenfalle katapult 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 ich sitze hier erstmal den ganzen höchsten ab vor hier ist noch wasser drin also ich habe ja ich habe keinen durst woher stein kann ich sehe mich mal ein bisschen um zusammen auch ein paar baumstämme ich will jetzt unsere band verteidigen ich habe ich brauche jetzt nämlich ja an den wänden verteidigungsdorn hin dann kommen die auch nie mehr nicht mal so leicht an unsere wand an wieso brennst du ich habe einen stein angezogen ok du musst deine phobie gegen spinnen unbedingt in den griff kriegen der werfe mit einem stein jetzt ja ich muss doch wissen was macht brennende waffe vergiftete waffen schaden und geschwindigkeitswaffe ja mal gucken was man ja so brauchen kann hätten säge mit licht was die kettensäge mit licht warum verbrauchen wir die kettensäge müssen mal irgendwie so gute sachen irgendwie finden gibt es irgendwie tatschen und soweit alles hier anscheinend ich denke mal das ist mit taschenlampen warum ist unsere wand weg wie unsere wand ist weg riesiger stück unserer wand ist weg ja was das habe ich kaputt gemacht da war doch vorher noch das werde ich mal eben dann da war doch vorher noch mal haben hier die kannst du mir die karten beiseite schieben wir hatten gemacht wann haben wir hat gemacht wir haben gar nichts ganz ein riesiger vogel okay amm okay ich habe hier macht man noch mal ne ich muss mal gucken funktioniert so jetzt habe ich noch mal bogen hätte ich überhaupt noch ja habe ich sogar noch spiel war also schwer geworden ist ich habe mich dann auch gar nicht ich habe es nämlich auch normal gestellt und wir sind mittlerweile schon zweimal gestorben was ist der zweite mal monat man tag überlebt haben wenn wir einen einzigen tag überliebt wie kann das sein was werde ich ich hoffe ich könnte ich auch durch die tue einfach so durchlaufen so wie wir glaube da das ist die zu dämlich ich habe keine taschenlampe und so so wand ist wieder repariert ich bin jetzt denke ich mein weg hier bauen habe ich das gerade getan felspfad ich habe wieder wissen hat dörflein ist unsere nachbarn meinig die hasen fall ist wieder und die kauf das ist aber eine gewurm auftauchen das sind die ganzen stöcker wieder mit und ich die eine jetzt brauche ich höre die ganze zeit was macht mich wahnsinnig ich glaube ich fange an zu hallo zu mir lego und ich weg auch man sollte einfach weg ich brauche immer noch drei stöcker eine fresse und eine steine ertragen bringt immer geht es immer wo das ist ich habe jetzt noch eine hausen volle gebaut das heißt wenn jetzt die hasen reihen laufen da haben wir immer drei hasen die wir einfach das geld brechen können ich sehe mich mal ein bisschen oben in eine andere richtung ok hier kommen wir wieder zum wasser und zum boot wo ich kann ja ich habe eine leite platz bekommen alles klar hallo patrick wie geht es ihnen mr seestern hier kann ich mir nur eine keule machen knochenrüstung hat noch ein kräuter das ding jetzt dazu ist verbesserter stein kleiner stein stein also auch ein ja ich habe eine knochenrüstung hergestellt ich kann ihn nicht mehr finden die erste das ding gemacht noch nur stoff ich habe 56 stoff sehe ich gerade drei stoff und warte mal ich habe keinen knochen ich habe nicht genügend knochen die macht man den knochen das kanal einer neben mir aufgetaucht sorge ich rette dich entdeckung vollgebracht ich habe keine ahnung bist du tot oder bist du noch am leben noch im leben irgendwie nix ja wie soll ich dich schön retten ja toll aber dann sterbe ich sowieso ende des parts wir starten noch mal neun und kehrten wieder zurück warum ist dann auf einmal so schwierig ich habe schon wieder keinen tag überlebt wow so ein dreck was soll denn der mist ey hey hey hey